Hass zersetzt eine Gesellschaft. Hass treibt uns auseinander. Hass macht eine Gesellschaft krank. Was wir brauchen, ist einen Zusammenhalt, eine Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit, der Zusammenhalt muss aber gefüllt sein mit sozialen Rechten, mit Zugängen. Und darum brauchen wir eine solidarische Gesellschaft. Und gemeinsam sind wir mehr. Wircen. Wir sehen uns im Prinzip unter. Und dann dr. Untertitelung des ZDF, 2020